Hallöchen liebe Minecraft Freunde und willkommen zur Let's Survive Folge 4 mal wieder seit langem und ich werde in dieser Folge... Moment... Nein... So... Genau... Ich werde in dieser Folge einfach mal kurz ein bisschen erzählen und auch eine Frage an euch haben. Und zwar... Welche... Was... Was seht ihr zur Zeit lieber? Let's Play Minecraft Together Adventure Maps oder Let's Play Minecraft oder was weiß ich. Ich schätze jetzt mal Let's Play Minecraft Together Adventure Maps, die sind ja auch eigentlich recht beliebter beziehungsweise haben die ziemlich viele Aufrufe. Naja... Ist halt meine Frage. Beantwortet sie mir mal bitte, weil das Let's Survive ist ja wenigstens aktuell. Also ich nehme es heute am 14.2... Am 14.2. auf und lade es hoch am... Alter... Am 14.... Alter... Am 14.2. Und warum habe ich mir gerade eine Hacke gemacht? Weil ich gleich irgendwo hingehe. Und dann will ich noch was erzählen. Und zwar habe ich noch einige Reservefolgen von Let's Play Minecraft. Äh... Also nicht wundern, wenn ihr irgendwie einen Kommentar oder so schreibt und ich das dann erstmal in den nächsten 20 Folgen oder so nicht machen werde, weil... Ich habe... LOL FTV! Seht ihr das? Hä? Ähm... Hä? Verstehe ich nicht. Ja, bleibt da unten. Äh, sagt mir das einfach... Äh, sagt mir das einfach... Darüber habe ich ja gar nicht mehr geredet. Ähm, halt... Ja, keine Ahnung. Ich werde halt noch einige Let's Play Minecraft Folgen hochladen, weil ich eben noch ganz viel aufgenommen habe. So. Ähm... Und ich habe auch... Jetzt spoiler ich mal ein bisschen. Im Let's Play Minecraft habe ich auch das Haus so in etwa gebaut, wie hier gerade. Ähm... Aber habe es dann noch ein bisschen verändert. Also... Weil sonst wäre das ja echt ein bisschen blöd. Warum habe ich... Naja... Äh... So ein Riesenhaus. Äh... Nein, nicht warum... Oh Mann, ich bin... Okay. Pfff... Nochmal. Ich muss mir unbedingt Notiz machen, wenn ich mal über mehrere Sachen reden will. Also... Ja, das... Du gibst mir wahrscheinlich kein Fleisch. Moment. Holz. Okay. So. Ähm... Ja, ich habe halt das Haus im Let's Play Minecraft in den Folgen so wie hier ungefähr ein bisschen anders. Natürlich. Weil sonst wäre es ja richtig scheiße. Ähm... Aber das werde ich natürlich nicht so machen wie hier, sondern schon anders. Also das habe ich auch vor. Es war nicht geplant, dass es so aussieht wie hier. Äh... Aber am Schluss sah es doch so aus. Ähm... Ähm... Mehr gibt es eigentlich zur Zeit nicht zu sagen. Außer... Sagt mir ein R. Und ähm... Was ihr mir vielleicht auch mal sagen könnt. Wollt ihr ein Let's Play... Wollt ihr, dass ich mit Niklas ein Let's Play Together mache? Also ich habe ihn jetzt noch nicht speziell gefragt, aber ich kann ihn ja mal fragen. Oder er sieht vielleicht dieses Video hier. Ähm... Und kann mir dann als persönliche Nachricht schreiben, was er davon hält. Ähm... Aber das ist halt eine Frage an euch. Ob ihr das gerne wollt, mögt? Ähm... Ja... Das war's eigentlich. Ich glaube, mehr gibt es jetzt erstmal nicht zu sagen. Ähm... Moment... Die Hühner müssen unbedingt ein paar Eier legen, damit, falls ich ein Gehege mache, dass ich mal die Hühner züchten kann. Ich habe zwar bisher 14 Eier, das ist auch viel. Und ich hoffe, daraus kommen noch ein paar Hühner. Ähm... Aber... Naja... Warum sind auf dieser Map eigentlich so viele Hühner? Ähm... Hm... Äh... Let's... 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 Äh... Früheren Let's Play Together. Äh... Fühlt, meine ich natürlich. Okay... Okay... Dann gehen wir mal wieder heim. Oder hierhin. Ist da unten was? Hallo? 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 Wasser! Guten Tag! Oh mein Gott! Eisen! Äh... Was ist da hinten? Holy shit! Moment... Ach so... Äh... Warum eben das Eisen ab? Warum nehme ich eigentlich die Steinhacke? Mach die wenigstens noch leer. So... Aha, verdächtig. Naja, die Höhle muss ich mir mal kurz merken. Oh Gott. Nein! Du kommst nicht an mich ran! Verschwinde! Verschwinde! Oh Gott! Leck! Pam! Äh, und das ist 128x128, nicht 64x64. Weil das gibt's ja in... Ich glaub... Ob's 16x16 gibt... Ups, Moment... Äh... So... Ob's das in 16x16 gibt, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls gibt's in 32x32. Und 64x64. Und 128x128. Und 256x256. Und... Äh... 512x512. Ja, lustig, was ich weiß. Äh... Mein Computer, also mein... 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 Also mein Minecraft... Äh... Stürzt, äh... Dann ab. Wenn ich das drauf installieren will. Zumindest ist es früher mal. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht ein Bug war noch von den Texturen weg. Hab das seitdem nicht mehr... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Moment, ich bin... Scheiße! Hardcom-Mode. Oh mein Gott. Was war das? Bitte schön. Oh mein Gott, in der letzten Sekunde fällt mir ein, dass ich im Hardcom-Mode bin und dann kommt der Pfeil angeschossen und ich bin... tot. Wow! In der ersten Folge sage ich noch... Oh ja, ich glaube so... Pfff... Vielleicht so 15 Folgen, vielleicht schaffen wir 20... Nein, wir schaffen 4 oder 3, weiß ich nicht. Ja, aber... Pfff... Ja. Ganz toll. Ähm... Okay. Das war's mit Staffel 1. Ich... Ja, das ist natürlich ganz toll. Ich fange jetzt... Weil ich ja schon seit 2 Wochen, 3 Wochen nichts mehr, keinen letzten Wife mehr hochgeladen habe, lade ich jetzt eins hoch und sterbe dann. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ähm... Wann ich dann mit Staffel 2 anfangen werde, weiß ich nicht. Vielleicht demnächst. Vielleicht lasse ich mir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit noch erstmal. Äh... Ja. Das nennt man mal dumm, würde ich mal sagen. Hä. Blöd. Wir können leider nur noch auf Welt löschen gehen. Okay. Also wir sehen uns mal dann das nächste Mal bei irgendeiner Aufnahme. Entweder von Let's Play Minecraft Adventure, von Let's Play Minecraft oder von Let's Survive oder von Let's... Ach, was weiß ich. Bis dahin. Tschüss. Also wir sehen uns mal. Bye.